Ja, hallo und guten Abend zu einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2, dem Hunderter-Special mit mir, dem Super Pro und einer unheimlich super tollen Besetzung und... Noll, Legger. Mordet hat Rage, trifft mich und ich hab H-Rap, also... Noll, ja klar, Legg noch mehr, alles legt hier auf dieser... Oh mein Gott, Darkie! Hab ich euch jetzt... Hab ich euch versprochen, wie genial es ist, wenn Phil sich aufregt? Das ist zu einem Scheiß-Map, das ist so... Super Pro, du warst jetzt auch geleckt. Ähm, Phil... Phil nicht so... Phil... Phil... Phil nicht so... Phil nicht so... Phil nicht so... Hey, nicht so Kindergarten bei Kindern. Noll, im Sockel, was geht denn mit dir? Er schießt durch die Wand. Er steigt aus dem Bett und dreht den Zweck auf. Oh, Mord, Leute. Ich steige aus dem Bett. Dreh den Zweck auf. Ne, ich steige in mein Bett. Ich steige in mein Bett. Ich steige in mein Bett. Zieh die Hose auf. Trink meine Milch aus. Mama sagt mir gute Nacht. Tja... Du rennst nur jetzt selbst. Bleib mal da, Roar. Nein, ich... Hey, I get money. Oho... 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 Huh... Na, klar... Naaaaaah! Äh... Ich wollte... äh, Phil, was wolltest du für Special Part? Let's Sing oder was? Ähh... Ja, Let's Sing, haha. Sing Star und so. Nein! Wer ist denn der Eismann? Das ist Junk, der mir den Server stellt. Warum Junk zum Teufel? Beziehungsweise Junk, warum bist du Eismann? Ich glaube, er mag Eis. Ich bin der Eismann. Mein Gott, Mordred, da ist ein Gegner. Mordred, da ist auch noch den Eismann, dieser Nu. Leut, wir haben euch bitte zwei gekillt. Ja, ich muss dich auch mal gerne. Ich habe übel in den Ratsch geballert. Mann, du hast den Gegner übersehen. Ich weiß noch mal 500 Jahre. Ich weiß noch nicht mal, wo ihr seid. Ja, jetzt ruhig, du rot bin, holt ihr die alle. Oh, Mordred, hör mal auf, so pro zu sein. Ach, das trinkt auch auf. Mordred, lass uns. Jetzt hast du geleckt, Julian. Lass uns nächste Woche, wenn du mal irgendwie wieder ein ganz klein bisschen Bock auf Battlefront hast, lass uns mal eins und eins aufzeichnen. Ich habe nämlich mal richtig Bock, dass du... Ja, dann kriegt jeder ein Autogramm, bitte. Ja, und wir beobachten alle. Ja, ich will auch einen Autogramm. Mordred, darf ich deine Star Wars Battlefront-Hülle haben mit deiner Unterschrift drauf? Ja, nur 100 Euro. Komm, Mordred, mach's. Wir werden jetzt gecrackt. Ja. Obwohl ich habe auch keine Hülle, so ist es nicht, ne? Ich hab's auch nicht mehr. Arschloch, Arschloch, du brauchst zu ziehen. Danke. Mordred zoomt, Mordred zoomt. Äh, ich hab's gedownloaded, sorry. OMG, Mordred, kannst du nicht sehen, um OMG. Oh, man, Julian, du lächst. Du lächst so, du lächst so. Hauptsache, Mordred hat schon 20 Kills. Und wir haben alle ungefähr... Hat der wohl, guck doch, mhm. Komm, einmal darf ich schon, einmal muss ich dich doch fertig machen, man. Och, man. Boah, ey. Ach so, forgotten, Jana. Oh, Mordred, du nötig die Rage. Das Redo. Haha, manche. Ach, Leute, Mann. Tötet Mordred, alle Mordred, Team Killen, alle Team Killen. Oh, der Super Pro, schon mit am Super Pro zoomen, ey. Alle Mordred Team Killen, jetzt alle Team Killen, alles Bord, Team Killen. Oh, Gott, ey, jetzt kommt der wieder angeschritten, was wollen wir, ne? Ja, das ist gut. Phil, Phil, unser Let's Sing, drinnen andermachen. Oh, mein Gott. Ich bin der einzigste Fail und Mordred hat 26 Kills und wir sind alle noch im einstelligen Bereich. LOL. Mordarki ist, als ob du nur Air-Made stehst. Haha, jetzt hab ich sie gegeben. So cool. LOL, wer war denn da grad die Sniper? Hä, wenn, warum nimm den hier, Leute, die kein Damage. Das ist so. Ja, weil du nicht triffst, Darkie. Ähm, der Super Pro hat dir denn immer Nade geworfen, würd ich mal so zu hoffen. Echt, hab ich? Oh, mein Gott, das kippt immer noch nicht. Sorry, Leute. Nicht mal, oder? Was war das für eine Nade? Ich bin gar nicht nur noch, ich, nur. Was war das für eine Nade? I'm sorry. Wir mussten nicht verräter werden, das gibt es nicht. Leute, sorry, aber Diesel-Nade, die habe ich echt nicht geplant. Loa. Oh, ja. Was war das? 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 Ja, komm her, Mann. Wo auch immer der Dack oder der Pixel. Wo ist Suhr hin? Abkar. Ja. Ja. Da kommt der gleich. Cheater. Der kommt auf jeden Fall noch, Junge. Noch einer. Ja, no, take me. So, jetzt probier ich nochmal so ne Imbanate zu werfen. Komm, jetzt probier ich nochmal so ne Imbanate, komm. Nochmal so ne Teamkernate, ja. Ich werde hier sowieso direkt gehohnt. Ich mag so. Diese Map lag so bei mir, das ist schon nicht mehr schön. Na, oh, Mann. Ich bin am verzweifeln. Ich laufe, als ob ich recorden würde. Wie läuft man denn, wenn man sich sorgt? Ja, so in Abschnitten. Mann, warum sind denn so viele bei mir? Drei Leute oder so. Okay, das war die falsche Idee. Oh doch, das war meine Fehler, ich habe das mal. Bin ich auch, mein Gott, Mordreds Schuld, schon wieder 15 Sekunden. Mordreds, Dominating. Ah, nein, so, Mordreds. Das muss jetzt mal sein, endlich. Nach 500 Jahren präglich auch mal. Jo. Willst du oft auf Hamburger Hänger? Auf dieser, äh... Bei CSS, oder was? Ja, ja. Nee. Gott, du bist so schlecht. Die ist richtig geil. Ey, Wohlfahrt, lass mal nach der PTV zocken. Jo. Und hier, Mordred macht mit, natürlich. Ja, genau. Okay. Was muss man damit so machen? Wie heißt es sonst Team Mordred? Äh, ich kann nachher mal ein Digistil nennen. Näh, man das. Ja, mach mal das. Also, wir sind nur ein Shane von Mordred hier. Ja, normal. Wer nicht? Äh, was für ein Skill erwählst du so? Äh, mit, mit Plus. Wie das aber auch schon gewissen. Ja, gewissen, wie sind mit, 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 mit. Minus, 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 Minus. Das stimmt. Also, wovon nicht, wir können ansagen und treffen, nicht. Und Julian, Tim, er weiß nicht, er kann sich unterscheiden. Okay. So, jetzt probiere ich mal, was ich mal hier mit, äh, Offi reißen kann. Bin mal gespannt. Und läuft eigentlich die Aufnahme noch? Ja, natürlich läuft die Aufnahme noch, habt ihr das nicht gemerkt. So, weil das auch so... Ach, Karl, Gott. Ja, das ist, das ist jetzt alles so, ähm, ungezwungen. Cool, wegen Schur, weil er keine Werbung mehr macht. Ja, gell. Na, Mor, hat mir aber geschrieben, dass ich den Kassier von mir? Nein, nicht, dass ich... Na, meiner, glaube ich, oder so. Wie das denn, wenn du gesagt hast, warum, wiss ich, ich kann ja Sponsor, äh, selber entscheiden. Lo, ja, Eismann, oder wär das? Ja, Mordrück staubt mir den Superpro ab. Und dann beschützt er mich nicht vom Gegner. Und dann hab ich auch noch 15 Sekunden. Ach, da hab ich auch 15 Sekunden gehabt. Jürgen, du hast so Schlimmes ihn, ich hab dir wieder drei Hitze, das was... Ja, komm, du, komm, du... 25 Hit. Ne, ja, das war gerade nix. Sieben, eh, nix, ey. Sieben, eh, nix, ey. Ja... Sieg auch so. Oh, nein, nein! Nein! Neu, Moritz. Was? Komm, geh mir mal. Komm, Mordrück, geh mir die Ehren nicht bei... Wie bei, äh, on a valid defense, der oder so. Keine Ahnung. Ey, ey, ich kann sie hier in Zins von den Wookies. Mann! Was ist denn das hier, ich gehe nur einmal weg, zu堂 von dort. Na, was bleibt dasしpult? das Spiel er hätte Spielmann war mit Tröbermann Stadtspieler auch was er nicht ohne Grund da genau eigentlich hat er sich mal Tag vorher genannt naja dann haben sie alle da herrten Mann sind da und unterhaltig nicht viel mehr dazu gut zu bekommen und der Arzt auch nicht ja ich weiß bis zu einem Mal mit der Form der Gäste und das ist die Säge ja ich bin doch der fleischgewordene fehl hat sich und ich mache mir so ein fehlschlug und Euro oder ist habe ich dich bei der Ehe der Wanderer ist böse böse aber eine Sekunde und ich hab schon wieder 15 Sekunden alles nur Mord und Schalt ja nur wegen dir ist die Erde eine Scheibe die Karte dahin user in your channel time verdammt so er war das jetzt Daki Dorsche Prozent und welche wurden hier oder für das war da aber schlecht das meine ja okay für etwas nein ich gehe jetzt NICHT! Er kann mir jetzt soviel ins TS schreiben, wie er will, ich spreche die Aufnahmen jetzt hier NICHT ab. Ich hab jetzt 13 Kills, Mann, wie schlecht ich heute bin, so, ne? Du killst mich natürlich wieder mal mordet. Zur Not, wenn's nicht so blöd in der Kantine, einer in der Kantine, in der Darky Lore. Oh, Darky. Bitte eine Sekunde. Nein, 15. Oh, Mann! Loll, jetzt wollte ich eine Airnade geben, und dann bin ich tot. Oh, ähm, ja, ich muss jetzt auch gleich gehen. Okay, dann machen wir die zwei Minuten noch fertig, und dann... Ich dachte, ich spawnschutz wär hier. Oh, sorry. Kein Ding. Oh Gott, sorry, mordet. Oh Gott, ey. Das war fail. Jetzt spawnen sie! Sie spawnen. Nein. Autsch. Gott, ne. Wer muss jetzt weg? Hinter dir, Mordred, hinter dir. Wer von euch muss jetzt weg? Jo, danke trotzdem. Ninja! Leute, wer von euch muss jetzt nochmal weg? Oh, sorry. Junk. Ah, okay, du. Ich lass' ich den Server einfach offen, ne? Ja, okay, und dann... Ja, aber gut. Dann spielen wir einfach so lange der Server keine Probleme macht, ne? Du hast admin PV? Äh, nö, ich denk' das brauch' ich nicht. Weil wir haben jetzt... Aber du hast das, weiß nicht. Ach so, ja, genau. Hallo? Guck mal von Kantine ist a Darky, Achtung! Den hab' ich auf 4! Weißt du, ich mein' ich kann's auch jetzt komplett sagen, dass ich das alle in der Achtung? Nein, 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 ich hab' das... Ich hab' das admin PV, ja, Moment mal. Ey, Mordred, ich geh' die auf dem Kantine. Hier, wir machen... Ich mein', falls du die Code oder so was, die neue Map oder so braucht. Wie war der Flug? Hab' ich mich jetzt angemeldet bei dir? Irgendwie so? Ach, was? Na, noch... Hat der uns auch gesagt? Ne, bei mir stand' jetzt nicht log' den, obwohl es fast wohl eingenehm ist. Ich sag' jetzt, PV ist... Das und das schreib' ich jetzt, und könnt' dir auch... Ach, denn das sauerfester. Admin... Ja, da macht einer Dauersniper... Was ist Mertz? Ach, Mertz, ja, okay. Gut, danke. Ich denk' dann nicht... Mein Gott, gut, dass ich kein E schreiben kann. Warum? Kannst auch kein Ü, oder? Ich würd' sagen, ich hab' das Admin... Doch, Ü geht... Ü und Ö geht nur ähnlich. Ich kann ja auch Ü nicht... Ey, ich würd' sagen, ich hab' das Admin-Postle rausbekommen. Ganz komisch, ich weiß auch nicht wie. Hm... Wahrscheinlich vertippt. Och, ich würd' sagen... Sorry, ähm, war das Chat-Kill oder was? Na komm, was der Admin geschrieben hat. Boah, ist ja ganz... Uuuuh... Also Leute, Admin-PW... Okay, ich kann raus, ich muss auch... Ja, okay, wir... Ich mach' nichts damit. Ja, und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem SuperPro. 2. Ja. Und vielen anderen Leuten. Tschüss! Tschau!